ja hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass sie wieder eingeschaltet hat ich hatte vor einigen tagen hier so einen kleinen gartenblock hochgeladen die kann ich euch hier an der stelle gerne mal verlinken habe ich richtig chaos im garten angerichtet war richtig harte arbeit schaut euch gerne mal an auf jeden fall in diesem video kam sehr häufig die frage welchen häxler ich benutze weil ihr habt ja gerade gesehen der funktioniert wirklich sehr sehr gut und ich bin auch wahnsinnig zufrieden mit dem gerät habe ihn schon über sieben jahre wird schon so einiges weg gehäckselt und auch einiges klein gekriegt und ja funktioniert immer noch wie am ersten tag und gern beantworte ich euch deshalb hier die frage in meinem video welchen häxler ich habe und womit ich ja den ganzen rückschnitt den hier im hintergrund sehen könnt klein häxler ja das ist ein elektrischer häxler der hier mit einem stromanschluss kommt hat 2000 watt leistung und er ist von makita besser gesagt die genaue bezeichnung des makita ud 2500 ich kann ihn euch unten mal in der video beschreibung verlinken falls es den noch zu kaufen gibt wenn ja klare kaufempfehlung von mir denn ja ich benutze ihn wirklich schon über jahre ihr könnt auch sehen das gerät hat natürlich mittlerweile seine gebrauchsspuren aber die funktionalität ist immer noch bei 100 prozent wirklich und ja aus dem grund kann man das empfehlen das gerät ihr könnt wirklich fette äste hier durch prügeln ja dieser hier wäre jetzt vielleicht schon etwas zu dick muss man sagen das landet dann eher am kaminholz beziehungsweise müsste auch gehen alles was man hier durchstecken kann kann man natürlich auch klein häxeln ist jetzt albenholz wird es vielleicht ein bisschen schwierig bei der dicke aber ihr habt gerade eben gesehen den er am anfang des videos gesehen habt das war auch aber der war auch mächtig dick und ja den hat er von selbst eingezogen und klein gemacht und ja die hackschnitzel die unten dann entstehen kann ich für mein bett benutzen mulche das damit auch mit kein mulchmaterial irgendwo kaufen rinden mulch etc und spar gleich ein bisschen geld und vor allem habe das material immer gleich an ort und stelle und muss nicht losfahren die bedienung von dem gerät ist auch sehr einfach ihr habt ihren an und aus schalter und wenn es doch mal verstopft könnt ihr hiermit die walzen die schneiden drin vor und zurück machen das heißt dann gibt ihr das wieder nach oben frei ihr könnt es rausziehen falls es doch mal zu dick war oder ihr bedient es einfach manuell ja ich zeige euch einfach mal so ein bisschen was wir schalten das gerät jetzt ein dann legen wir mal hier so einen richtig langen rein und dann frisst und saugt er das richtig einmal an mal hier so Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich ja reichlich von dem Zeug hier noch und habe was zu tun. Dabei hilft mir natürlich der Hexer weiter. Damit häcksele ich hier meinen ganzen Rückschnitt klein. Ja, und das schon über Jahre. Also klare Empfehlung. Und damit ist hoffentlich auch die Frage beantwortet, welches Gerät ich benutze, beziehungsweise das heißt hoffentlich, sie ist beantwortet. Ausschließlich hiermit wird das alles gemacht und spare ich auch eine Menge Geld. Klar, das Gerät kostet erstmal ein bisschen in der Anschaffung. Müsst ihr mal gucken. Unten in der Videobeschreibung ist verlinkt. Da habt ihr den aktuellen Preis dann auch. Ja, aber jedes Mal, wenn ich einen Anhängergrünrückschnitt wegfahre, habe ich nicht nur Benzinkosten und Zeitverlust. Gut, Zeitverlust habe ich hier beim Häckseln auch. Aber so ein Anhänger kostet bei uns mittlerweile zwischen 25 und 30 Euro. Und da habt ihr das Gerät recht schnell wieder raus. Ich habe hier mit Sicherheit noch knappe 10 Anhänger liegen. Da wisst ihr, dass ich über 300 Euro nur für diesen Kram hier ausgeben müsste. Und wenn ich einen Container holen würde, wäre es noch teurer. Deshalb ist der Häckser wirklich ganz gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.